Nimm dir ein paar Minuten Zeit für dich. Sorge dafür, dass du nicht gestört wirst. Lege oder setze dich bequem hin, komme zur Ruhe und schließe deine Augen. Atme nun dreimal tief in den Bauch ein und lang wieder aus. Lasse deinen Atem nun wieder ganz natürlich fließen, konzentriere dich dabei aufs Ein- und ausatmen. So nutzt du den Atem, um deine Aufmerksamkeit nach innen zu lenken. Du kannst gerne eine Hand auf deinen Bauch legen, wenn dir das einfacher fällt. Sollten Gedanken kommen, lasse sie wie Wolken vorbeiziehen. Halte nicht an ihnen fest. Erlaube dir, bei jeder Ausatmung alles loszulassen, was dich beschäftigt. Gib nach außen ab, was du nicht mehr brauchst. Stelle dir nun vor, wie mit jedem Einatmen ein Energieschwall in deinen Körper fließt. Und diese Energie erreicht alle deine Körperteile. Stelle dir diese Energie als helles, klares Licht vor und konzentriere dich nun auf die einzelnen Bereiche deines Körpers. Das helle, klare Licht flutet zuerst deinen ganzen Kopf, deine Kopfhaut, deine Stirn, Wangen, dein ganzes Gesicht. Das helle Licht fließt weiter in deinen Hals und zu deinem Nacken. Folge dem Licht mit deiner Aufmerksamkeit und gehe weiter zu deinen Schultern. Lasse die Energie zu deinen Schultern wandern und weiter zu deinem Brustkorb. Spüre die reine, frische Energie, die nun auch deinen Bauch durchflutet. Gehe nun mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Rücken und das helle, klare Licht wird deiner Aufmerksamkeit folgen. Dein Rücken wird nun von frischer Energie durchflutet. Gehe weiter zu deinen Hüften und folge dem hellen Licht in deine Oberschenkel, in deine Knie und deine Unterschenkel. Nun werden auch deine Füße mit dem hellen, klaren Licht und frischer Energie geflutet. Vielleicht spürst du ein leichtes, warmes Kribbeln. Konzentriere dich nun wieder auf deinen ganzen Körper. Sieh dich als Ganzes. Nimm deinen ganzen Körper wahr und sehe das helle, klare Licht, was durch deinen ganzen Körper fließt vor deinem inneren Auge. Bewege nun deine Füße und deine Füße und deine Hände. Strecke dich, wenn du magst. Komm zurück in den Raum, in dem du dich befindest. Atme noch einmal tief ein und aus. Öffne deine Augen und spüre der positiven Energie nach. Genieße für einen Moment noch die Entspannung und kehre dann in deinen Alltag zurück. Diese kleine Meditation zum Energietanken kannst du gerne mehrmals täglich in deinen Alltag einbauen.